Die Illusion einer befreiten Persönlichkeit, die Illusion eines freien, persönlichen Individuums, die Illusion von Freiheit, individuelle Freiheit, jede Person ist an Umstände gebunden, ist bedingt durch Situationen, bedingt durch Körperlichkeit, durch Raum und Zeit. Und sobald etwas bedingt ist, kann es nicht frei sein. Und die Idee, dass es da irgendjemanden mal gegeben hat, oder dass es irgendwo eine Person gibt, die frei sein würde, weil sie erleuchtet ist oder genug finanzielle Mittel hat, um sich ihre Wünsche zu erfüllen, die gibt's gar nicht. Die gibt's nur in der Vorstellung, und was ist eine Vorstellung wert, taucht auf und fällt wieder weg. Nun, ich kann mich selbst nur immer wieder darauf hinweisen, Bin ich denn wirklich? Bin ich wirklich eine Person? Bin ich ein Mensch? Bin ich das, was ich wahrnehme? Bin ich das Objekt oder das Subjekt einer Realität? Ganz klar kann ich Nein sagen. Nein, ich existiere als ein Nein zu dem Hörensagen, was ich gelernt habe, zu den Konzepten, die mir scheinbar vertraut sind. Und doch scheint da immer was zu fehlen. Diese Ganzheit, als Person lebt sich's immer wie in einer Trennung, ich und die anderen, ich und meine Beziehungen. Ganz krass ausgedrückt ist es, als Person, als Mensch, die Hölle der Getrenntheit. Die Hölle, jemand zu sein, der getrennt ist von der Quelle, von dem was wirklich wahr ist, dem was ist. Als Person ist man immer in einem Handel, entweder hat man Angst, man wird überwältigt von Anderen, muss sich schützen. Ja, was für ein spaßiges Unterfangen. Oder ziemlich leidvoll. Ja. Gut. Abbruch. Ah. Ja. Ja. Ja.